Der Landkreis Wesermarsch führt in diesem Jahr einen eigenen Kreiswettbewerb Unser Dorf hat Zukunft durch. Am Dienstag haben die Juroren gleich drei Ortschaften in der Gemeinde Owe-Gönne besucht. Großenmeer, Rüdershausen und Neustadt. In Großenmeer stellte der erste Vorsitzende des Dr. Cornelius Modellbahnvereins Peter Strohb den Juroren des Kreises die Anlage an der Meerkircher Straße vor. Zugleich wies Strohb darauf hin, dass der Modellbahnverein für Sonntag den 22. Oktober 14 bis 18 Uhr zu einem Tag der offenen Tür einlädt. An diesem Tag werden der Öffentlichkeit auch die neu gestalteten Vereinsräume vorgestellt. Der Kreiswettbewerb stellt eine Vorstufe für die Teilnahme an den landes- und bundesweit ausgeschriebenen Dorfwettbewerben dar, die turnusgemäß alle drei Jahre stattfinden und der Entwicklung des ländlichen Raumes dienen. Der Kreiswettbewerb dient insbesondere dazu, Projekte und Initiativen zu unterstützen, die zu einer positiven Entwicklung der Dörfer in der Wesermarsch beitragen.